Hallo und herzlich willkommen zurück zum Landwirtschaftssimulator 2013 im Multiplayer mit dem David. Tag auch. So, erstmal letzter Part für diese Aufnahmesession, denn wir wollten ja eigentlich noch fortgehen. So hatten wir es jedenfalls im ersten Part noch vorgehabt von der heutigen Aufnahmesession. So, das ist jetzt der vierte Part. Jeder der zurückrechnen kann, weiß jetzt welchen Part er anschauen muss, um dieses Gespräch nochmal nachzuverfolgen. Aber, wie gesagt, wir wollten eigentlich noch fortgehen und ja. Hm. Irgendwie regnet es immer noch. Und das nicht zu knapp. Ja, aber ist egal, wir haben es gleich 21 Uhr. Wir machen nach dem Part erstmal Schluss und schauen mal, wie es weitergeht. So, vor allen Dingen mit dem Wetter draußen. Ja, das ist jetzt Part. Moment. Part 96. So. Das heißt, noch drei Parts und diesen. Und dann haben wir unseren Abschlusspart. Unseren Abschlusspart. Kannst ruhig mitsingen. Wir haben unseren Abschlusspart. Part. Part. Schlusspart. Part. 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 Ach, ich muss den Motor anmachen. Ja, sonst geht das Ding nicht, ne? Ja, der Hörlimann. Ach Mann. Immer stecke ich aus. So. Zack, zack, zack. Ich hoffe mal, wir wissen es natürlich jetzt noch nicht, weil wir ja vier Parts am Stück produziert haben. Ich hoffe mal, wir haben 30 Daumen von euch bekommen. Ich hoffe mal, dass ich die ganze Geschichte mit Facecam machen kann. Und, äh, oder. Ihr habt uns ein paar coole, ne, stopp, halt mal an hier. Äh, oder ihr habt uns ein paar coole, äh, Vorschläge gemacht, was wir denn in dem 100. Part so alles veranstalten wollen. Vielleicht sollten wir es so machen, David. Vielleicht sollten wir einfach alle Abonnenten, die wir haben, grüßen. Das kannst du allein machen. Du bist ein Egoist. Nee. Also, nichts gegen die Abonnenten, aber 500 Namen vorlesen. Das ist... Hm. Dauert? Ein wenig. Ich habe hier schon wieder, ist der Traktor... Äh, nee, Moment, das geht so nicht. Das geht so einfach nicht. Wieso? Tut der jedes Mal den Helfer wieder abschalten? Ich verstehe das nicht. Müssen wir es doch erst körpern, oder was? Nee, bei dem anderen geht's. Sag mal, haben wir jetzt... Boah, gehen wir doch mal nicht auf den Sack. Sag mal, äh, haben wir... Sind das dieselben Seemaschinen? Muss ich jetzt mal ganz blöd fragen. Jetzt muss ich doch hier mal kurz in unser Sortiment reingucken. Seemaschinen, Seemaschinen... Seemaschinen... Sind dieselben. Dann haben wir jedenfalls zwei Stück. Hm. So, der Regen ist gerade wieder 150% stärker geworden. Ja. Ja, ist gleich bei dir. Oh, man, ey. So, die Seemaschine lassen wir mal hier stehen. Den Traktor fahren wir jetzt einfach mal runter. Ich habe nämlich jetzt hier die Schnauze voll mit diesem... Mit dieser Kackbratze. Warte mal, das seht ihr so an. Da steht er jetzt hier gerade im Weg. Ach, ich fahre den... Ach, ich tue das jetzt auch noch hier weg. Und fahre den jetzt mal hier runter. So, und schnapp mir unten mal einen größeren. Hast du gerade den... Hast du gerade den Agrar-Lkw in Benutzung? Nö. Wo ist denn der? Bei den Kühen. Äh, ja, weil es hat mir jemand in die... Ach, das ist auch so ein Ding. Mir hat jemand in die Kommentare geschrieben. Hm. Den Agrar-Lkw, da können wir eine Seemaschine hinten dran hängen. Ja. Ich sage jetzt nicht, wer mir in die Kommentare geschrieben hat, weil es eigentlich total uninteressant ist. Ich würde nur darum bitten. Ich lese jeden, wirklich ausnahmslos, jeden Kommentar. So, dafür garantiere ich. Ich antworte nicht auf jeden Kommentar. Weil es manchmal etwas zu viel ist. Und manche Kommentare auch etwas sinnfrei sind. So, manche Kommentare benötigen aber auch gar keine Antwort, weil sie sie schon selbst beantworten. Und manche wollen einfach nur Hallo sagen oder Erster schreiben. Was auch vollkommen in Ordnung ist, aber auch keine Antwort benötigt. So. Aber ich lese wirklich jeden Kommentar. Deswegen. Wenn mir jemand schreibt, dass man an den Agrar-Lkw hinten eine Seemaschine anhängen kann. Habe ich das zu 1000% gelesen. Wenn ich dann noch drei Tage lang gefühlte 250 Kommentare kriege. Dass man an den Agrar-Lkw hinten eine Seemaschine anhängen kann. Und das immer wieder. Und das Ganze auf dem Kanal, in den Videos, als persönliche Nachricht, bei Ask, auf Facebook. Ja. So. Also, wie gesagt. Ist jetzt nicht böse gemeint. Aber ich lese es auf jeden Fall. Und ihr könnt euch sicher sein. Wir denken über jede Sache, die ihr uns vorschlagt, nach. Aber. Wie gesagt. Es ist halt nicht immer alles so gleich umsetzbar. Oder machbar. Machbar. So. Moment. Wo ist denn jetzt der Agrar-Lkw? Der steht hier noch geparkt. Aber was haben wir denn hier? Hier haben wir noch ein Glas. Oh. Hier oben bei der Kuhweide lagts auch ganz schön, ne? Oh. Jetzt klingst du aber blöd. Jetzt ist... Jetzt kommt doch gerade ein Monsun von oben. Ja. Ja. Du kommst jetzt ganz abgehackt. Ja? Ja. Du bist... Du bist eigentlich clowndeutlich. Ja. Bin ich immer noch so abgehackt? Ja. Ja, also es kann schon sein, weil, wie gesagt, es ist gerade, äh, extrem, extrem Regen hier. Oh nein. Das ist jetzt blöd. Jetzt hab ich den gleich mal festgefahren. Immer noch? Was? Abgehackt? Jetzt geht's wieder. Geht's jetzt? Ne, jetzt wieder nicht mehr. Jetzt ist... Abgehackt? Ja. Aber du klick... Deutlich. Ich. War nur ein Spaß, David. War nur ein... Das weiß ich, dass das jetzt nur... Aber... Jetzt... Wieder... Hackt. Äh... 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 Du... Nicht? So, na gut. Ich hör mal auf mit der Scheiße. So, es ist unglaublich. Ich hab nicht nur geschafft, den Agrar-Akw festzufahren. Nein! Ich hab auch noch geschafft, den 5000er festzufahren. Ah! Black kommt über meine Fresse. Mann! Da krieg ich schon wieder Pusteln im Gesicht, wenn ich hier die Scheiße sehe. Ja, kommst du angelatscht. Willst du sehen, wa? Hä? Kannst du wieder nicht entgehen lassen. Brauchst du nicht holen. Ich fahr den dritten auch noch fest. Bist du noch da? Ah! Boah! Jetzt! Leicht! Ah! Der... Empfang! Ist... Äh... Du hast es wirklich geschafft! Äh, mei... Alter, wenn ich das sag, dann mach ich das! Also es hängen jetzt alle drei, ja? Es wär jetzt nett, wenn du da mal so ein bisschen... Warte mal, ich steig erst mal aus, weil das könnte Kopfschmerzen geben. Ach, ich seh schon. Ich muss wieder einsteigen, das wird sonst eh nicht. So... Ja, fast! 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 Warte mal, wie geht denn das Ding hier? Wie geht denn der Allrad? Äh, mach mal weg hier. Warte. Ah, Allrad an. Ne! Will er nicht. Ach! Hör auf! Du übertreibst doch maßlos! Jetzt vielleicht. Warte mal, anderer Traktor? Ach, nicht aufm Helm hauen! Das macht er weich! So! Ui, Weizen! Ja, und? Hör mal? Das weiß ich nicht, guck mal! Mach mal den Agrar wieder frei hier, den brauch ich! Was macht der denn? Die sind doch alles easy! Ach, der geht wieder nicht aus, wenn man nicht aus... Ach, das ist ja schlimm! So, hallo! Alter, du kannst mir nicht einfach vor's Rad fahren! Unters Rad! Ist da Platzregen bei dir? Oh, hier oben an der... An der... An der... An der Dings... Das leckt echt übelst! Hier oben ist echt schlimm! An der Kuhweide! Ja! Na, jetzt geht's grad wieder! Ach, geh doch mal aus, Mann! Alter! Geh doch mal aus jetzt, hör! Wie geht denn da aus? Enter! Auf dem NumPet! Das Enter auf dem NumPet! Ach so, ja! Ah, alles klar! Gut, super! So! Spitzenmäßig! Dat läuft, ey! Und? Wie sieht's? Ah, ist er frei, ja? Schön! Danke, David! Bitte! So, das Gewicht brauchen wir auch nicht! Ups! Angerendet! Das Gewicht brauchen wir auch nicht! Moment einmal! Das legen wir mal kurz irgendwo! Müssen wir es ablegen! So, hier legen wir es mal ab! Was machst denn du? Hallo! Hör mal auf hier! David! Was ist denn los? Was ist denn schon wieder wrong with you? Duscht? Nichts, gut! Warst du schon in der Dusche? Falls wir nachher weggehen wollen? Natürlich! Natürlich! LeMond! C'est-ce! C'est-ce, Senorita! Ach so! Ja, ich bin ja auch doof! Na, warte mal! Ne, das geht ja vielleicht... Ne, geht das trotzdem... Ah ja, freilich! Du steckst noch bissl rum, oder wie? Was mache ich? Du steckst noch... Ne, 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 fix fertig! Duscht, geschniert! Alles gut! Außerdem, David... Wir brauchen nicht mehr durchgehen! Es regnet! Haha! Haha! Aha! Angehankt! Stehen die... Wo stehen denn der Dünger? Der Dünger... Ich stand doch ein Dünger, ich hab doch meinen Dünger hier abgestellt! Das kann nicht wahr sein! Mein Dünger ist weg! Hä? Hast du den Dünger hier geklaut? Den Düngerstreuer? Wo? Na hier an dem Feld. Oh, ich geh fester. Ich hab ihn gefunden. Ja, zieht die Sämaschine mit. Ja. Äh, hm. Machen wir ihn jetzt. Ist ja blöd. Ich muss mal kurz hier reinhüppen. Mach mal Halfer halt. Ah, ein Stückchen zurück. Welche Seite hängt dann an hier? Ah, falsche Seite. Und einmal rumgedreht. Wunderbar. So. Ja, David. Wenn nicht, dann gehen wir heute halt nicht mehr fort. Dann produzieren wir halt einfach noch 200 Parts. Dann brauchen wir schon mal nix für den... Ja, das kann ich jetzt nicht anhängen oder was? Doch. Dann brauchen wir uns nix mehr für den hundertsten einfallen lassen. Ja. Auch ne Möglichkeit. So. Kennst du eigentlich noch diesen Mod, den wir mal fair vorgestellt haben, den Parade Interbene? Ja. Ja? Ja. Den Gibbett S mit... Den Gibbett S mit... Äh... 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 Mit Ketten. Ein Anhänger mit Ketten. Raupenantrieb quasi. So, das ist... Toll. Naja. Ist mal was anderes. Ein Anhänger mit Ketten. Aber jetzt bist du abgehackt ein bisschen. Ist es grad bei dir das Unwetter? Äh... Nix. Gar nix? Äh... Das kann ich nicht aufklappen. Ah, jetzt. Was denn? David? Was? Oh, du kommst gerade... Das... Du kommst grad komplett abgehackt drüber. Ah... Krieg... Nicht. Das hab ich jetzt aber gehört. Aber du warst wirklich schon wieder Skype-mäßig so übelst. Du bist ein Top-Kopf. Das gibt's gar nicht. Das ist einfach nur. Was macht er denn jetzt? Ach, jetzt ist doch scheiße. Das ist die eine... Ach, das ist doch kacke. Das geht auch nicht mit dem Ding. Hör auf, Mann. Kannst du vergessen? Geht auch nicht. Ach, das geht... Das ist doch scheiße, ist das. Wieso seht... Außer der... Außer der... Der 5... Was ist denn das? Der 5.000? Ja, außer der 5.000 seht hier keiner gescheit an. Hm. Ey, wisst ihr, was ich mach? Ich mach jetzt noch mal... Ach, mach ich jetzt noch mal einen kleinen Versuch, oder nicht? Mensch, ich wollt noch... Der Part ist zu Ende. Das ist das Problem. Ich wollt noch schnell... Wollt vielleicht mal den 3.000er probieren. Ach, ärgerlich. Na gut, müssen wir im nächsten Part machen, wenn ich's nicht wieder vergesse. Aber das mach ich mit Sicherheit. So. Na gut. Hast du das vergessen, oder? Das vergessen, ja, dass wir das da probieren. Das... Das ist das mit dem... Mit dem... Äh, 3500er... Äh, 3... Ja, was sind das jetzt? Ha? Ha? Glas, Lektion. 3500. Oh, fuck. Ich steh auf der Tonne. Nack, ist weg. So, jetzt häng ich die Tonne noch schnell wieder an, weil sonst vergesse ich das auch und such die dann wieder unendlich lange. So. Zack, dran. So, fertig. Ja, und dann würde ich sagen, war's das erste Mal gewesen. Wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Part wieder, hoffentlich. Lasst uns ein paar Daumen da, lasst uns ein paar nette Kommentare da, schaut auch mal auf dem Kanal vorbei, abonniert vielleicht. Äh, wenn ihr eine Frage habt, stellt sie mir einfach bei Ask, die Verlinkung findet ihr auf dem Kanal oder postet bei Facebook. Mir egal, wie ihr wollt, wie gesagt, ich lese alles. So, und wir sehen uns... wieder. Jetzt wüsst du nicht was ich sagen soll, hat man gemerkt, oder? Hat man. Wir sehen uns... wieder. So, okay. Dann schönen Abend noch. Tschüss. Tschüss. Tschüss.